GEDANKE, WUNSCH, WILLE Die Welt ist Gottes unaussprechlicher Gedanke und göttlich der Beruf, Denken ohne Schranke. Nichts auf der Welt, das nicht auch Gedankenstoff enthält und kein Gedanke, der nicht mitbaut an dieser Welt. Drum liebt mein Geist die Welt, weil mein Geist das Denken liebt und sie diese Welt ihm überall zu denken gibt. Rückert, Dankeschön. Dankeschön.